Hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metroid Other M. Ich glaube, ich hoffe, ich musste nach oben rennen. Dieser Raum sieht mir unbekannt auf... Wieso muss ich diese Igel jetzt so oft treffen? Was war das denn? Hallo? Okay. Aber ich glaube, ich kann jetzt... Ja, ich kann ins Weltall schießen. Das ist cool. Ich zerstöre das Raumschiff da hinten. Piu! Ups, das klappt nicht so. Warte, kann ich hier nicht ausschießen? Doch. Und irgendwann kommt es auf irgendeinem Planeten an und ich habe aus Versehen gerade einen Menschen erschossen. Das wird mir dann furchtbar leid tun. Darin war ich schon. Aber lässt sich leider nichts mehr dran ändern. Gut, ich gehe jetzt... Warte mal. Okay, hier gibt es nichts außer dieser Powerbombe, die ich momentan leider noch nicht einsetzen darf. Ton ist in Ordnung. Okay. Der ist bei mir so unglaublich leise. Deswegen... Frage ich einfach nochmal nach, aber... Hallo? Wo kommst du denn her? Warte mal. Es gibt zwei von diesen... Bunkern. In diesem hier war ich jetzt schon drin, ne? Ja. Dann einfach mal runterfallen und jetzt mal in den anderen reingucken. Da ist bestimmt wieder so ein Fettsackding drin. Dann probieren wir das mal anders. Ich kann auch bestimmt... Ja, ich kann lang genug laufen, um den Speedbooster zu aktivieren. Das war, glaube ich, wieder Kopf gegen die Kante hauen. Also nicht ganz so praktisch. Ich muss ein bisschen mehr Anlauf nehmen, habe ich das Gefühl. Allerdings muss ich dann da jetzt auch rechtzeitig draufdrücken. Aber es kann auch sein, dass man da gar nicht hoch soll. Stopp. Ja, ich bin zu weit gerannt. Also es ist wirklich direkt nach diesem Ding kommt das dann. Alles klar. So, jetzt nochmal. Okay, da soll ich definitiv nicht hochgehen können. Ja, alles klar. Hätte ich vielleicht auch einfach so ausprobieren können. Wenn es im normalen Sprung schon nicht mal da reingeht, dann soll ich da nicht hoch. Wieso ist da so ein... Achso, ein Stockwerk über mir ist da eine Tür. Alles klar. Ich wollte gerade schon fragen, warum wird das da so leicht grünlich angezeigt? Da ist wieder so eine Powerbomben-Tür. Davon gibt es hier erstaunlich viele, komischerweise. Egal, ab in Sektor 3. Oder ab zurück in Sektor 3. Da waren wir ja schon mal. Das Elevator ist von 4, Sektor 3. A Level 4 warning ist jetzt in effect in Sektor 3. An Irregularity hat sich in den Geothermal Powerplant und der Experimental Simulated Desert Area. All staff members are asked to please evacuate immediately. Gut, wir sind oben angekommen. Vor einer Weile. Äh, ich kann hier jetzt nicht durch. Alles klar, ich kann hier nicht rein. Das Personal wird gebeten, unbedingt diesen Sektor zu verlassen. Gut, ich sehe mich jetzt einfach mal nicht als Personal an und betrete die... Ja, betrete die Feuerschlucht, Wurmsköpfe. So. Du bist immer noch zu. Okay. Der ist so richtig zu, äh, ist richtig drauf. Wahnsinn, was willst du denn hier? Hallo. Und tschüss. Ich ignoriere euch einfach alle. Und... Der Ton leckt gerade überhaupt nicht oder so? Das ist cool. Was passiert denn hier? Hier wackelt alles ohne Ende. Wackel, 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 wackel. Ah, cool. Speedboost geht an. Ähm. Ja, gut. Will ich denn jetzt... Wo will ich denn gerade lang? Wenn ich jetzt hier nach oben gehe, dann... Hey, warte mal. Ich soll da hinten hin. Eigentlich. Aber da war doch gerade die Tür zu. Ja, ja. Tritt mich ruhig nochmal. Warte mal, die Tür war da doch gerade verschlossen. Die Tür ist immer noch verschlossen. Aber das wäre der richtige Weg gewesen, ja? Du bist ja ein Arsch. Da muss ich ja echt irgendwie so einen Umweg laufen. Hm. Kann ich da... Achso, ich kann da gar nicht reinspringen. Okay, ich wollte das eigentlich nochmal ausprobieren, ob ich jetzt in der Lava schwimmen kann. Aber... Offensichtlich nicht. Gut, dass du einfach an mir vorbeiremmst. Das ist nett von dir. Aber wo will ich denn jetzt lang? Ich vermute einfach mal, ich will gerne hier rein und dann wieder hoch. Ansonsten wüsste ich... Ich mach alles kaputt. Okay. Das ist mein Wunsch. Ich möchte alles kaputt machen. Datenaufzeichnung, schild, blablabla. Eingeleitet. Alles klar. Okay. Wieso sind hier auf einmal Löcher im Boden? Und rüberspringen. Okay, das war jetzt knapp von der Strecke her. Aber gut reagiert von mir, natürlich. Was macht ihr denn hier? Hallöchen. Ihr könnt mich alle mal in Ruhe lassen. Warte mal, ist da... Gibt es da... Ach nee, okay, da gab es nichts. Aber hier ist doch bestimmt gleich jetzt... Du schon wieder. Natürlich. Und du... Gabelblablabla. Mich natürlich sofort und... Na gut. Tanz mit mir. Obwohl, tanz lieber nicht mit mir. Das finde ich nicht so witzig. Weil die Tänze gewinnst du irgendwie immer. Jetzt. Tanz mit mir. Hui. 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 Oh. Du machst irgendeinen Mist. Ach, du sprengst dich selber. Du bist so ein Selbstmordattentäter, ja? Alles klar. Na gut. Damit habe ich jetzt irgendwas gemacht. Ich kann nicht mehr weiter hier lang. Das ist sehr cool. Also muss ich zurückgehen. Und Schwachsinn. Und... Powerjump. Ach nee, äh... Shine Spark hieß es. Oh, nicht Powerjump. Oh, blödsinn. Und nochmal. Aber das Problem scheint vorhin echt die ganze Zeit durch leere Batterie oder so gekommen zu sein. Und die Batterie scheint jetzt wieder voll zu sein. Gut, dann habe ich wahrscheinlich immer einfach leere Batterien in diese Packung gelegt. Weil ich irgendwie ein Vollidiot bin, wie ich schon sagte. Aber das scheint jetzt wieder alles zu klappen. Lass mich mal in Ruhe hier. Keine Zeit für dich. Schwupp. Ich muss so schnell. Ich kann... Ey! Na gut. Ich sehe das einfach mal als Versuch, mich zu beschleunigen an. Warte mal. Ich habe da gerade was gesehen. Was etwas interessanter aussah. Hier kann ich nirgendwo rein? Okay. Jetzt ist die Tür allerdings offen. Gut. Der Weg war nicht umsonst. Yeah. So, in dem Raum befindet sich nichts weiter, ja. Alles klar. Hallöchen! Ach, du schon wieder. Wirf ihn in die Lava. Denn er könnte der Verräter sein. Alles klar. Dann benutze ich den jetzt einfach mal und... Yeah! Mach hier die Plays! Wo kommt ihr her? Was macht ihr denn hier? Seid ihr bescheuert? Geht weg! Oh, verdammt. Ich lasse mich wieder treffen. Und ich lasse mich schon wieder treffen. Okay. Das ist natürlich alles nur Anthony zur Liebe. So. Und. Okay. Das klappt super mit dem Ausweichen. Ausnahmsweise mal... Jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich mich, glaube ich, gerade wieder treffen lassen. Hallo! Ja. Das war es dann auch schon mit dem Ausweichen. Einfach mal die ganze Zeit zur Seite drücken. Drücken unter dem... Dodgen. Genau. Aber da, wo ich nicht mal mehr draufdrücke, dass du ausweichen sollst, da weichst du natürlich aus. Aber da wieder nicht. Cool. Samus macht, was er will. Die weicht... Anthony wurde getroffen. Okay. Oh, da habe ich einen Random-Treffer gelandet. Ich habe eigentlich völlig woanders hinschießen wollen. Warte, pass auf. Pass auf. Pass auf. Pass auf. Ach so, er weicht aus. Genau. Er weiche nicht. Ich meine, ich bin hier die Retterin des Universums und so. Okay, verprügel einfach Anthony. Ich bin zwar eigentlich dann Feind, aber... Jetzt müsste das Ding, glaube ich, genug auf den Sack gekriegt haben. Und es taucht einfach in den Glaber ab. Grabelbeam. Okay. Huh. That was ugly. Thanks, Princess. So, you get called out here, too? Called? Commander gave us a new directive to move as a unit. Our gather point was a navigation booth near here, but when no one showed, I figured I'd just take a look around. That's when I got jumped by those things you just saw. What was your unit directive? I'm tracking that monster. We were heading to the geothermal power plant to open the magma eruption port. Got to restore the power in this place, so I can see that pretty face of yours. Yeah, it seemed a little excessive to send the whole unit to do it, but he's the commander. He must have had a reason. So, Samus, how are you feeling about the commander, huh? Ian has arrived at the drive unit. I know this is a routine fix, but don't let your guard down. There were 300 people on board. Their lives are in York. Roger that. Commander, the drive unit's going critical. The unit is overheating beyond our estimates, sir. Ian! Commander Malkovich, unit meltdown unit. It's going to explode. Prepare to disengage the drive unit immediately. But Ian's still inside. Adam, I can reach him. Give me the order, please. Lock and secure the shielding doors now. Adam, wait! There's still time. I can make it. Please, let me go. I mean... That's Ian. That's your little brother out there. We're out of time, sir. Adam, please, let me go. You have to trust me. Just give me a chance. Commence drive unit disposal immediately. That's an order. Adam was right. If we had waited any longer, it would have meant the end of those we had come to rescue, and the end of us as well. I knew that, but... At the very least, you wouldn't be standing here now. That's what the commander was most scared of. I was childish. No one should have to make the choice that Adam did, and yet all I could do was question his authority and make things more difficult. Hey, you were just a pup then, and the commander knows it. Look, forget it. Sorry for hitting your nerves. We better get going anyhow. I knew the question Anthony was suppressing, and I knew the answer. If something like that happened again, I would hold fast to that glimmer of hope and try for redemption. That's who I am. Und weiter geht's. Zurück in... Genau. Zurück in der Gegenwart, wo wir kleine, komische, brennenden Fliegen verprügeln müssen. Und diesen Typ. Okay. Okay. Ich schieße in die falsche Richtung. Warum tue ich sowas? Ich weiß es mir nicht. Dabada, dabada, hallöchen. Bums. Ähm, gut. Bin ich mir auch sicher, dass es hier wirklich nichts gibt. Da bin ich mir nie sicher, aber es sieht danach aus. Zumindest habe ich jetzt gerade nichts entdecken können, dass da irgendwie so eine Lücke war, wo ich hätte reinkrabbeln können. Und wir sind beim nächsten Speichelpunkt. Yeah. Ich muss nochmal zurückgehen. Ich habe ein Secret übersehen. Und ich denke auch, zu wissen, wo das ist. Rebel Beam. Okay, ich habe es doch nicht übersehen. Ich kann da momentan noch nicht hin. Ich muss noch weiter nach vorne gehen. Jetzt wirst du grün. Jetzt kann ich da ranspringen. Und... Slop. Ich wüsste ja gerne, ob das hier als Screw Attack durchgeht. Oh, warte mal. Warte mal. Was bist du denn? Na gut. Wahrscheinlich muss ich dir erstmal irgendwie den Kopf einfrieren, oder... So. Ach, ich muss deinem Mund zufrieren. Genau. Du wirst kleiner. Du wirst kleiner. Ich glaube, er stirbt in Wirklichkeit nur in Minderwertigkeitsgefühl. Und nicht daran, dass wir ihn irgendwie zugebombt hätten oder so. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Da geht es zurück. Okay. Okay. Ich habe eventuell etwas gesehen, was ich nicht... Was nicht da war. Okay. Ähm. Na gut. Dann kann ich jetzt... Einmal nochmal das hier ansehen. Da gibt es auch nichts. Das ist eine Tür. Für denjenigen, der nicht weiß, was das ist. Aber... Egal. Na gut. Dann geht es einfach mal weiter. Ich bin mir fast sicher, dass es hier irgendwie was gibt. Das heißt, ich bin mir fast sicher. Ich bin mir sicher. Weil theoretisch sind das hier alles Dinger, wo ich durchrollen könnte. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Hier gibt es definitiv was. Die Karte sagt das ja sogar schon. Äh. Wenn ich jetzt hier so reingucke, dann sehe ich da nichts. Und was geht denn hier ab? Ich gehe nochmal zurück. Auch nicht mit Bomben oder so? Ist da echt nichts? Nee. Okay, da kann ich nichts kaputt machen. Und ich denke einfach mal, wenn ich in die Lava springe, bringt mir das auch nichts. Ähm. Nö. Okay, momentan bin ich mir noch nicht darüber im Klaren, wo hier etwas sein soll. Vielleicht muss ich erstmal den nächsten Raum betreten, um... ...darüber aufgeklärt zu werden. Das hier ist eine Wand. Okay. Ich muss jetzt hier runterfallen? Scheinbar. So. Das sieht schon wieder verdammt cool aus. Plopp. Und... Plopp. Ich befürchte, ich habe gerade unseren nächsten Bosskampf gesehen. Was heißt, ich befürchte? Ich weiß es. Immerhin hat er den Grabblebeam-Quatsch da gegessen. Hallo, Lumen. Willkommen in... ...diesen... ...ja... ...Stream-Quatsch-Gedöns. Weißt du Bescheid? So. Da essen wir das Ding. Den Computer bedienen. Man drückt eine Taste. Sie weiß nochmal genau, welche Taste das ist. Samus ist so schlau. So. Jetzt würde mich gerade interessieren... So. Okay. Aha. So. Grabblebeam. Alles klar. Ich habe dich getroffen. Und ich habe dich wieder getroffen. Leider immer nur mit so einem Pups schüssen. Ah. So muss das aussehen. Eigentlich wollte ich dir gerade in den Mund schießen, aber ich habe, glaube ich, nicht rechtzeitig reagiert. Ich habe wieder nicht recht... Ah, warte. Nein. Ups. Komm raus. Okay, dann komme ich halt nicht raus. Geh ein Stück runter. Nein. Nicht. Grabblebeam. Warte mal. Hey. Bleib mal stehen. Oh, verdammt. Ich bin in die Lava gefallen. Ich kann leider gerade nicht springen. Too busy for this. Bam. Bam. Und... Was bringt mir das jetzt? Das ist ja interessant. Paketen. Gut. Jetzt würde ich gerade gerne ein bisschen mehr sehen. Weiß nicht. Mach ich schade, wenn ich mich mit diesen Pups schüssen hier wieder ankomme? Keine Ahnung. Gut. Ist glaube ich gerade nicht der Zeit. Doch, das ist gerade der Zeitpunkt. Aber... Ey. Dass dieser Anvisieren-Quatsch immer erst dann funktioniert, wenn es schon viel zu spät ist. Jo. Und Grabblebeam. Ich fisch dich wieder raus. Eins und zwei und die dritte kam, glaube ich, zu spät. Und nochmal mit dem Grabblebeam. Wir angeln das kleine Fischmonster. Und nochmal. Die hat nicht mehr getroffen. Schade. Was hast du denn jetzt für Probleme? Ne, ich muss ganz viel rumschreien. Was geht denn ab? Nein, jetzt nicht. Hallo. Spiel. Pff. Mein Monitor geht wieder aus. Mit einem Bosskampf, natürlich. Oh, ich habe das Fisch-Ding, dieses fischige Fischmonster-Ding fast besiegt. Ich muss es, glaube ich, nur noch einmal treffen. Ich glaube, ich habe es soeben geschlagen. Aber auch nur in dem Fall, in dem es keine zweite Stage hat. Oh, ja. Scheinbar war dieser Fisch so fett, dass der komplette Lavaspiegel um sieben Kilometer gestiegen ist. Achso, warte mal. Ich muss jetzt... Hier gibt es doch mit Sicherheit noch irgendwo so ein Geheimnis oder sowas, oder? Ich bin hier gerade irgendwie, glaube ich, in der Müllpresse gelandet. Gut, okay. Sieht nicht so aus, als ob es da jetzt noch irgendein Geheimnis gegeben hätte. Aber ich glaube, ich bin jetzt auf der falschen Seite. Glaube, ich wollte eigentlich auf diese Seite rüber gehen. Und schwupp, und schwupp, und jetzt einmal hier rüber. Alles klar. Das könnte eventuell etwas besser aussehen. Warte mal, es sehen beide Seiten gleich aus. Auf welche Seite muss ich denn? Jetzt scheine ich auf der richtigen Seite zu sein. Da sind zwei Items. Und ich... Ich will diese Items haben. Ich hoffe mal, dass es jetzt nur so ist, dass ich da noch nicht dran komme. Da oben ist nichts. Und hier ist auch nichts. Okay. Leiter benutzen? Nee. Ich bin Samus Aran. Ich benutze keine Leitern. Ich kann nur Walljumps. Okay. Aber hier scheint es in der Tat nichts mehr zu geben. Außer natürlich, es ist irgendwo auf einem dieser Blöcke hier was gespawnt. Aber, nein, ist es nicht. Okay. Der Sound spinnt derbst rum. Stimmt. Ich wollte den resetten. So. Et. Es hat gerade irgendwie im Bosskampf angefangen. Jetzt müsste das wieder besser sein. Und im Bosskampf wollte ich dir nicht unbedingt nochmal... Was geht denn jetzt ab? Samus, it looks like that monster is headed to the geothermal electric power generator. Track it and put it into it. Okay. Hast du mir jetzt... Ach so, finde mal irgendwie dahin. Na gut. Na gut, wenn ich jetzt gerade ausgehe, finde ich wieder... Wieso ist hier mitten im Raum ein Grabblebeam? Das ist doch bestimmt wieder eine Falle. Hui, und irgendwas wird mich essen. Oder auch nicht. Warte mal. Was ist denn hier los? Ach so. Ein kleines Würmchen ist hier auf einmal aufgetaucht. So. Stirb, Würmchen. Stirb. Hallo? Oh. Weiß ich nicht. Muss ich das Ding mit einer Rakete treffen eigentlich? Gut. Würmchen ist tot. Da scheint es nichts weiter zu geben. Und in diesem Raum hier auch nicht. Nee, er zeigt mir auch nichts an. Oh, hier kommt wieder so ein Wurm raus, oder? Nicht? Das sieht für mich echt so aus, als würde da wieder so ein Wurm rauskommen. Oh. Okay. Da kommt so ein Wurm aus dem Nichts. Ach, keine Ahnung, ob ich mit dir irgendwas machen muss. Was ist das? Okay. Glaube ich habe es... Ups. Hallöchen. Lustigerweise auch noch direkt in die falsche Richtung geschossen. Ey. Nein, 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 nein. Fuh. Mega, fuh. Komm wieder raus. Ja, ich schieße erst mal in die falsche Richtung, ne? Das ist ja, denke ich mal, kein Problem. Bäm, Rakete. Und Bäm, Rakete. Und Tschüss, Wurm. Gut. Ich wollte jetzt... ...das in die andere Richtung haben. Wieso kann ich dich von hier aus nicht... Doch, kann ich. Wollte gerade sagen. Das wäre extrem schwachsinnig gewesen. Denn ich glaube, ich muss da drauf. So. Und... Ich glaube, das müsste jetzt schon... Reicht das jetzt? Der Sound spackt schon wieder rum. Okay. Wo kamst du jetzt her? Stirb. Okay, der Wurm ist tot. Passt das hier jetzt? Das sieht passend aus. Na gut. Dann kann ich jetzt hier wieder das Dingsbums öffnen. Hallo, mach mal. Dankeschön. Ich habe das... Ich habe das... Ich habe das... Spiel irgendwie so in Erinnerung, dass es hier irgendwo ein Secret gab. Nur weiß ich nicht mehr, wo, wie und warum. Los, roll dich aus. Dankeschön. Hm. Ich glaube, in die andere Richtung wäre es schneller gegangen, aber ist auch egal. Nein. Nein. Danke. Obwohl, verdammt, es war gerade schon richtig positioniert. Dann nochmal dagegen. Ich glaube, es war doch nicht richtig positioniert. Nein, war es nicht. Also muss ich es nochmal weiter schießen. Ton, hörst du bitte auf, rumzuspacken? Und jetzt da hoch. Scheint hier echt nirgendwo was zu geben. Okay. Hätte schwören können, dass es hier was gab. Aber Karte sagt auch nichts. Sagt sie mir wahrscheinlich erst später oder so. Gehen wir erstmal in die falsche Richtung. Da geht es nirgendwo lang. Alles klar. Da ist wieder so ein komischer, fetter Typ, der explodiert oder so. Einfach beim Hochlaufen durch die Gegend ballern. Das klappt immer. Stop, stop, stop. Im Kreisrennen. Hups. Wunderbar. Euer, euer. Ja. Ich spreche ihr, euer aus. Natürlich. Seid alle tot. Okay, warte mal. Nein, dich wollte ich gerade eigentlich nicht treffen. Ich wollte den treffen. Und, ah, gut. Ich habe gerade jedes Mal den falschen getroffen. Hallo. Dankeschön. Der Typ da hinten, der gerade auf mich geschossen hat, ging mir auf den Sack. Aber ich denke mal, ich müsste jetzt bei ihm ankommen. Denke ich zumindest. Okay, ich habe irgendwie so einen Typen erwischt. Aber wo schneidet der denn drauf? Kenne ich das vielleicht von hier aus besser? Der stand da drauf, oder? Ach, ist egal. Da scheint es nichts zu geben. Und jetzt hier Gradlebeam. Zack. Und hoch. Oh yeah. Das kann ja witzig werden. Dann erstmal nach ganz oben. Glaube ich, hoffe ich. Gehe ich einfach mal von aus. Dann komme ich schon da an, wo ich eigentlich letztendlich erst hin müsste. Das sieht für mich so aus, als würde es hier irgendwo ein Secret geben. Deswegen. Machen wir mal kurz Pause. Neue Tonspur rein. Die spackt nämlich auch schon wieder rum. Was soll das? Dieser Ton heute wieder. Vorhin am Anfang hat alles die ganze Zeit super geklappt. Aber jetzt wird das Spiel nicht mehr. Hallo? Na gut, jetzt müsste ich glaube ich hoch genug sein. Bin mir fast sicher, dass ich hier schon wieder ein Secret übersehe. Weil hier ist gerade so viel in der Umgebung, dass es einfach nicht sein kann. Das hier nicht sein kann. Was sagt denn die Map dazu? Die sagt nichts. Okay. Stirb du da mal? Ja, einfach mal eine Rakete auf das Ding schießen. Das passt schon. Na gut. Ups. Das Spiel sagt mir jetzt, oder will mir zumindest erzählen, dass es hier nichts mehr gibt. Ich glaube dem Spiel jetzt einfach mal und wird mir hinter den Arsch beißen, weil hier doch irgendwas war. Oh. Hallö, ich auch nicht hier schon wieder. Ich laufe hier einfach mal durch. Achso. Ist nicht so mit durchlaufen. Warte mal, was geht denn hier ab? Muss ich euch alle töten? Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall tötet ihr mich gerade halbwegs erfolgreich. Hier kommt gleich wieder irgendwo einer auf mich zu. Was? Wo kommen die Schüsse denn her? Du bist hier so dein Megaboss. Ich glaube, das war's jetzt. Das müssten alle gewesen sein. Ähm. Na gut. Dann muss ich tatsächlich das machen, was eben gerade im Spiel versagt hat. Weil ich auf einmal nach vorne gesprungen bin, obwohl das nicht geplant war. Und hoch. Oh yeah. Das sieht so aus, als ob ich da rein könnte. Oh yeah. Aber ich glaube, das würde mir auch nichts bringen. Ich renne jetzt einfach noch mal bis ganz zum Anfang hin. Nur um kurz zu sehen, ob sich da drin irgendwo was befinden könnte. Nein. Da drin findet sich absolut nirgends wo was. Und hey. Schwupp. Und hoch geht's. Es geht in zwei Richtungen. Wollte gerade sagen, die gucken beide ab. Okay, ich hoffe, dass ich hier jetzt alles gefunden habe, was ich finden sollte oder musste oder was auch immer. Na gut, dann geht es jetzt erstmal auf bis zur nächsten... Ist schon wieder so ein Quatsch hier. Ja, natürlich. Ach, dich kann ich jetzt einfach so kaputt schießen. Das ist cool. Und springen und schießen und auf dich ganz viel schießen und auf dich auch und dich auch nochmal kaputt machen. Ich werde hier alles zerstören, was ich sehe. Weil ich so gewalttätig bin. Ich bin in einem runden Raum, was? Nee, doch. Scheinbar schon. Okay. Achso, ich bin die ganze Zeit in diesem Raum hier drin. Na dann. Ich hab vergessen, wie die Steuerung funktioniert. Achso, okay. Ist mir ja gerade wieder eingefallen. Äh, hallo. Was? Was will der denn jetzt mit Raketen? Nix ist. Hör auf, mich mit Raketen zu beschießen. Fuh. Und da schieße ich gegen die Wand. Okay, du fliegst dagegen, wo ich gerade noch gegen geschossen habe. Okay, ist das Ding irgendwie ein bisschen kaputt gegangen gerade nebenbei? Er fliegt tatsächlich die ganze Zeit dagegen. So ein Vollidiot. Ich hab durch dich durchgeschossen. Das war cool. Und, äh, du weißt mir wieder aus. Ich dir auch. Aua. Verdammte Axt. Gut, wie oft muss ich dich denn noch treffen? Gib mal hier so ein paar Daten, bitte. Wo bist du überhaupt hin? Das war ohne Witz. Wo bist du? Ach da. Hallöchen. Äh, ups. Ich sollte aufhören, mich von dir treffen zu lassen. Ups. Falsche Richtung geschossen. Äh, haben wir's bald? Spiel. Ich fahrrecke hier noch. Oh, verdammte Axt. Also viel Leben hab ich jetzt nicht mehr. Jetzt ist er viel zu weit hoch. Haut der jetzt grad einfach ab? Was macht der da? Ach so, er ist einfach so weit weg, dass ich ihn gar nicht mehr ins Ziel nehmen kann. Äh, ich versuch mich einfach mal zu konzentrieren. Gut, dass er mich überhaupt nicht trifft. Und gut, dass ich jetzt wieder ausweichen kann. Äh, aber leider dabei nicht ausweichen. Äh, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich muss ihn grad ins Ziel nehmen. Was ich nicht kann. Okay. Nimm mir den Ziel und schieß eine Rakete ein. Ach so, der wollte wirklich einfach nur gefinisht werden. Na gut. Äh, das müsste es dann hier gewesen sein. Und dann hoffe ich... Ich muss jetzt irgendwie... Ach, das ist ein Fahrstuhl. So. Dann einmal um den Fahrstuhl rumlaufen. Ach, dieses Dino-Ding wieder. Hallo. Sch... Ey, warte. Stirb. Spurms. Okay, wo bin ich jetzt gelandet? Hallöchen. Das scheint da nicht so viel zu... Upsi. Oh, warte mal. Ups. Ach, ich darf dich nur einmal treffen. Okay. Und jetzt eine Rakete. In your face. Bam. Gut, der erste ist tot und der zweite müsste eigentlich gleich wieder auftauchen, oder? Ah, ja gut, da kommt er wieder. Ähm. Hallo. Spiel. Ich mache gerade was anderes. Danke. Gut, der ist jetzt auch tot. Ich kann mich wieder vollheilen. Und schwupp. Damit müsste das dann jetzt passen. Kann ich da drauf? Ach so, natürlich nicht. Das ist jetzt natürlich sehr ungeschickt gewesen. Äh, kann ich denn hier rein? Nein. Oh, das ist alles Lava, wo ich vielleicht... Okay, da geht's überall nirgends wie rein. Irgendwie. Nirgends wie. Hm. Ups. Das war ein blöder Sprung. Aber hier muss es doch irgendwas geben. Ich meine, ich bin doch nicht umsonst hier, oder? Hm. Es gibt dort in der Tat ein Secret, aber... Scheinbar der falsche Weg dorthin. Warte mal. Wie lange renne ich denn hier gerade aus, wenn ich jetzt hier anfange? Aktiviert sich denn schon der Power... Äh... Speedboost. Ich glaube, da springe ich dann direkt gegen. Alles klar. So komme ich schon mal nicht dahin. Ich kann hier runter springen, das heißt wahrscheinlich, dass ich erst später da hin kann. Gut, dann muss ich da später hin. Mit Space Jump müsste das klappen. Dass ich da drüben einfach rein kann. Aber den habe ich momentan noch nicht. Und schwupp. Und schwupp. Und schwupp. Schade. Ich habe es gerade noch versucht, aber es ging nicht. Hier scheint es auch nichts mehr zu geben. Okay. Ich schieße jetzt einfach so oft auf euch, bis ihr einfach mal sterbt. Sieht nach dem Plan aus. Das ist kein Plan, aber es könnte funktionieren. Ähm. Warte mal. Hier gibt es ein Item, was ich übersehen habe. Wie komme ich denn da dran? Keine Ahnung. So. Schwupp. Ups. Ach, da ist wieder Super Missils gefragt. Sieht noch. Space Jump aus. Also momentan leider nicht erreichbar. Da, 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 da. Ups. So. Nein, verdammt. Okay. Gut, dass die mich gerade die ganze Zeit irgendwie nicht treffen. Na gut. Ich weiche euch einfach mal irgendwie aus. Fall hier runter. Habt eine Menge Spaß dabei. Und gehe jetzt irgendwie durch. Wo muss ich denn lang? Ich muss da hinten hin. Das heißt... Hm. Eventuell... gehe ich den falschen Weg. Autsch. Na, vorhin war der Plan besser, hier einfach durchzurennen, dabei alles zu töten. Das klappt gerade irgendwie nicht mehr. Ach so. Okay. Ich muss definitiv da lang. Ach, na toll. Das hätte man auch irgendwie auf der Karte kennzeichnen können. Du musst jetzt hier lang gehen. Aber nein. Das Spiel denkt sich einfach nur... Geh zuerst richtig. Denk, du bist falsch. Und geh dann richtig. Äh, geh dann falsch. Und dann kannst du wieder richtig gehen. Irgendwann. So. Und ab in den nächsten Speicherraum. Das kann ich gerade gut gebrauchen. Denn meine... Energie ist gerade etwas erschöpft. Wunderbar. Wo komme ich denn jetzt lang? Schon wieder fünf leuchtende Punkte hier. Das ist so zum Kotzen. Mensch, stelle ich mich gerade wieder gut an. Äh, ups. So. Und ne Rakete. Los, komm hoch. Komm hoch. Komm hoch. Dann nicht. Ach so. Jetzt kommst du natürlich auf einmal. Okay. Kam hier sonst nicht immer noch gleichzeitig noch ein Schuss oder so dazu? Na, egal. Vielleicht habe ich diesmal genug Zeit vertrödelt, dass es jetzt nicht wieder so weit kommt. Ah. Okay. Ach, hier kommt jetzt der Schuss auf einmal. Na klar. Ich muss jetzt... Schätze ich... Einfach mal... Hier lang. Und... Und... Ich weiß nicht. Ich glaube, dass es hier... Richtig dumm versteckte Secret... Gabs. 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 Na dann, springe ich jetzt einfach einmal hier rüber. Da hinten ist auch so eine Passage. Ich finde irgendwie den Grapplebeam sollte man auch automatisch anschießen können oder so. Würde ich zumindest ziemlich cool finden. Jetzt bin ich... Jetzt habe ich es geschafft so zu stehen, dass ich ihn... Ah, ich glaube der hier ist der Richtige. Ja. Das muss der Richtige sein. Nein. Visier mal bitte die Dinger hier an. Okay. Ich glaube, dass man irgendeinen Stein hier zerschießen konnte. Und dass dahinter dann irgendwie ein Secret war. Aber kann mir jetzt auch egal sein. Wir sind jetzt irgendwo angekommen, wo wir zuvor noch nicht waren. Macht dem das Schaden? Ja, das macht den Schaden. Okay. Ey, ich wollte gerade schießen. Warum schießt denn du dann? Ey, hör auf damit. Mach mich hier nicht fertig. Gut, ich kann sie nur mit normalen Schüssen besuchen. Alles klar. Oh nein. Und cool. Ich sehe nämlich nichts mehr. Oh, warte mal. Nein. Jetzt bin ich in die Lava gehopst. Jetzt habe ich mich von dem schlagen lassen. Ey. Geht einmal der Bildschirm aus und alles läuft schief. Kann ich bitte springen? Springen? Oder eher nicht so. Nein. Ich bin jetzt hier irgendwie in Tod geweiht oder was. Okay. Das ging gerade nochmal so gut. Ach, wunderbar. Ich kann mich wieder hochhalten. Ich glaube, ich habe noch nie so krass gefaved, weil einmal der Bildschirm ausgegangen ist. Ach, sie rennt gerade alleine. Ach so. Na klar. Du wirst jetzt das hier sehen. Das ist nämlich dieses Ungeheuer. Gut, und mir fällt gerade ein, dass ich eine Pause machen wollte. Und Diesen Boss mache ich beim nächsten Mal. Karte sagt zumindest großer, runder Raum. Wir sind hier, um das Vieh zu erlegen. Also. Machen wir das einfach beim nächsten Mal. Ich sage dann einfach mal Tschüss. Auf Wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Haustereien. Haustereien oder so.